Also, ganz herzlich willkommen, die ihr nun anwesend seid. Wir haben nämlich heute einen wirklich ganz besonderen Gast. Ich weiß nicht, ob ich mal jemandem begegnet bin, der so viele Preise gewonnen hat, und das nicht nur national, sondern europaweit, wie Birgit. Man kann sie wirklich zu Recht als Botschafterin der Balkongärtnerei bezeichnen. Ich nenne nur ein paar, es ist nämlich eine lange Liste. Also, das Ganze fing offensichtlich an 2005, wo Birgit den schönsten Dachgarten von Berlin gewonnen hat. Und dann ging es aber ganz rasant. Sie hat also den, zum Beispiel von der, jetzt muss ich mal gerade nachgucken, den Medienpreis 2018 und 2022 von der Deutschen Gartenbaugesellschaft bekommen. Sie hat, viele von Ihnen kennen wahrscheinlich die UN-DK-Projekte, den hat sie gewonnen für ihre Arbeit in der Balkongärtnerei im August 2019. Und sie hat den European Award for Ecological Gardening gleich zweimal gewonnen. Also, ich glaube, 2017 und 2019, wenn ich mich richtig erinnere. Also, ich könnte so weitermachen, aber das nimmt uns... Wir machen mal weiter, Helga. Also, ich möchte aber noch eines sagen. Warum ist das so wichtig, dass Birgit jetzt bei uns etwas darstellt? Nämlich, es geht ja in dem Planen und Bauen von einer Stadt, die menschengerecht ist und biodivers ist und die klimaresilient ist, nicht nur um die Dachgärten und die Bäume in den Straßen und das vertikale Grün, sondern etwas vernachlässigt von Architekten sind die Balkone und Fensterbänke. Und das ist etwas, wenn man das genauer betrachtet, und das werden wir jetzt tun, was wirklich eine ganz reichhaltige Zuteil dafür ist. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass Architekten und Stadtplaner sich nun das auch anhören, was es da für Möglichkeiten gibt, um ihren Horizont der Begrünung zu erweitern. Ja, vielen Dank, Birgit, dass du bereit bist, uns das zu erzählen. Und nun das Wort an dich. Ich danke sehr, dass ich hier eingeladen wurde. Also ich bin da zutiefst dankbar, dass wir irgendwie über LinkedIn in Kontakt gekommen sind. Ich kannte Biotope City nicht und umgedreht auch nicht. Und das ist total schön. Ich gärtnere halt mitten in Berlin in dieser Wohnung hier mit diesem Balkon. Im sechsten Stock bin ich seit 2015. Das hier ist die Westseite, ein Blick nach oben in die sechste Etage. Und für mich ist wichtig zu sagen, dass ich in Berlin City gärtnere, nicht am Stadtrand. Nachher kommen nämlich noch lauter Tiere, die bei mir immer wieder zu Besuch kommen. Das ist eben nicht am Rand von Berlin, sondern wirklich City in Berlin-Wilmersdorf. Ich sehe den Berliner Fernsehturm. Ich sehe die Gedächtniskirche. Ich sehe den Potsdamer Platz. Also es ist mittendrin und das ist das Erstaunliche, dass da so viel möglich ist, tiermäßig, wenn begrünt wird. Aber etwas mehr als drei Balkonkasten mit mediterranen Kräutern. Für mich ist es wichtig und dafür steht für mich der Bio-Balkon, dass wir halt zum einen Selbstversorgung betreiben, halt etwas anzubauen, um das Frücht zu ernten, um eine Vielfalt zu ernten und vor allen Dingen auch Sachen zu ernten, die ich nicht mal im Bio-Supermarkt bekomme. Also Bio-Balkon sagt auch aus, dass es mir eben immer darum geht, giftfrei zu gärtnern, ohne Pestizide, natürlich torffreies Substrat, natürlich Dauersubstrat, halt nicht jedes Frühjahr neue Ernte, neue Erdsäcke hochschleppen, sondern sich ein Dauersubstrat schaffen. Und für mich ist es eben wichtig, dass ein Balkon diese Selbstversorgung, Teilselbstversorgung ist ja immer abhängig von den eigenen Wünschen und von der Größe und von der Lage des Balkons und eben dazu diese Tiererlebnisse, diese Chance in der Stadt Kleinstbiotope zu schaffen, die sich dann vernetzen können. Diese Kleinstbiotopen sind Rastplätze, sind Nistmöglichkeiten, sind Ernährungsplätze für Insekten, für die Vögel, für viele andere Tiere. Und je mehr wir von diesen Kleinstbiotopen haben, auf den Balkons, auf den Fensterbrettern, auf den Baunscheiben, auf den Fassaden, umso mehr profitieren einfach unsere Städte. Bitte weiter. Danke. Ich stelle jetzt nur mal, achso, ich mache halt dieses Bio-Balkon-Projekt seit 2017. Da habe ich den ersten Bio-Balkon-Kongress veranstaltet, das ist halt so ein Kongress, der online stattfindet, wo ich immer vorab Experten interviewe. Es kommen aber auch immer mehr Praktiker dabei, also hervorragende Naturbalkons oder Balkons, die eben sehr exzessiv Selbstversorgung betreiben, die eben ihre Erfahrungen mit der Bio-Balkon-Bewegung teilen. Mittlerweile geht mein Newsletter an 30.000 Leute, das sind schon totale Größenordnungen, gemessen an den 58 Millionen Leuten in Deutschland, die einen Balkon oder eine Terrasse haben. Es ist wenig, aber ich bin da schon recht stolz drauf und weiß, dass sich das halt immer weiter ausbreiten wird. Als ich 2017 angefangen habe, waren die Balkons nicht so sehr in der Öffentlichkeit und mittlerweile merke ich aber immer mehr, dass halt die Medien aufspringen und dass auch die Naturschutzorganisationen mit aufspringen. Und wenn halt jetzt in Kampagnen immer bloß die Gartengärtner erwähnt sind oder die Gartenleute, dann schreibe ich auch immer hin und sage, bitte sprecht auch die Balkonleute an. Wir haben einfach auch eine große Bedeutung. Die nächste Folie bitte. Das hier ist mein Südbalkon, vier Quadratmeter. Da sieht man, dass ich das Glück habe, dass die Umrandung aus Metallstreben besteht, sodass Licht und Luft rankommt. Das ist eben ein Riesenvorteil, als wenn dort vorne Balkonwände wären. Hier sieht man eben, dass in diesem Jahr exzessiv Grünkohl angebaut wurde, der hervorragend im Balkonkasten von 60 beziehungsweise 90 Zentimeter Länge gedeiht. Das können sich viele auch gar nicht so vorstellen. Grünkohl geht gut im Balkonkasten. Und wenn eben architekturseitig die Balkons so ausgestattet sind, dass eben Licht rankommt, dann profitieren wir Balkonleute sehr davon. Ich mache mir jetzt einfach bloß den Finger hoch, heißt neue Folie bitte. Und Sie können immer reinfragen. Also wenn Fragen auftauchen, gerne sofort fragen. Das hier ist mein Westbalkon, fünf Quadratmeter. Der heißt bei mir Naschbalkon, weil da eben vorrangig Gehölze stehen, weil das eben ein einfacheres Gärtnern ist. Hier ist vor vier Jahren meine Drohne raufgeflogen. Deswegen habe ich diese Drohnenbilder auf der rechten Seite. Mittlerweile ist es aber noch mehr zugewachsen und noch mehr Vertikalbeete. Und dieser Balkon ist eben extrem schmal. Das zeige ich nachher nochmal. Seitdem ich Eichhörnchen auf dem Erholungsbalkon habe, der eben zu grünkohl lastig war auf dem ersten Bild, springen zu mir Eichhörnchen herüber. Ich hatte schon in drei Frühjahren Eichhörnchen als Junge bei mir, die bei mir aufgewachsen sind, auf diesem Erholungsbalkon. Teilweise waren die dann auch schon auf dem Fensterbrettern mit ihren Kobeln, als dann der ursprüngliche Kobel zu klein geworden ist. Eichhörnchen, genau. Und dadurch, dass der eine Balkon eben in der Hand der Eichhörnchen ist und die ziemlich viel herumbuddeln und wenn dort Junge sind, dann geht man einfach auch wirklich nur raus, um eben den Wassernapf auszuwechseln und neues Futter reinzuschütten, habe ich eben angefangen, auch auf fünf Fensterbretter zu gärtnern, so dass ich jetzt auch ganz genau weiß, wie viel auf den Fensterbrettern möglich ist. Und das ist unglaublich. Also bei mir passen auf die Fensterbretter jeweils zwei Balkonkästen und da kommt sehr viel Salat zusammen, sehr viele Radieschen, aber ich habe auch dort immer Balkonkästen mit heimischen Wildpflanzen. Und es ist unglaublich, was auch dort sich für Tiere einfinden, was für Wildbienen, die Schmetterlinge fliegen auch aufs Fensterbrett. Ich habe dort auch Marienkäfer, ich habe Bockkäfer auf dem Fensterbrett und die Stieglitze futtern auch vom Fensterbrett sich die Samen runter, wenn dort Kornblumen ausgesät sind oder wenn dort der Baumspinat wächst. Also Fensterbretter bieten auch eine große Chance für noch mehr Begrünung in der Stadt beziehungsweise noch mehr Selbstversorgung. Hier sieht man auch ganz deutlich, dass ich halt die Balkonkästen gesichert habe gegen Herunterfallen. Es gibt sehr viele verschiedene Modelle für die Sicherung der Balkonkästen, ohne dass die Substanz der Häuser angebohrt werden muss. Also es gibt glücklicherweise verschiedene Varianten, aber sichern sollten wir einfach immer. Ich habe bei mir ziemlich viele Gehölze, was viele sich auch nicht vorstellen können, dass Gehölze auf dem Balkon funktionieren. Es ist halt immer eine Frage der Größe der Pflanzgefäße. Also das werden Sie heute noch mehrfach hören, wie wichtig die Größe der Pflanzgefäße ist. Das sind auch die Wünsche der Balkonleute, dass wir gerne von Beginn an große Pflanzgefäße zur Verfügung gestellt bekommen, weil dann ist alles viel einfacher. Ich habe bei mir seit Herbst 2015 Säulenapfelbäume, die ganz zuverlässig blühen und tragen. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, auf dem Balkon Gehölze zu haben und halt erst diese großartige Baumblüte zu haben und dann den ganzen Sommer auf reifende Äpfel zu gucken. Dieser Baum hier ist ein Bienenbaum. Den hatte ich auch drei Jahre, weil der halt extrem bienenfreundlich ist. Diese Bienenbäume neigen aber dazu, dem Licht entgegenzuwachsen, also besonders bei denen. Und das war mir da halt dann riskant, sodass der in einen Garten umgezogen ist. Hier sieht man auch Königskerzen. Die brauchen eigentlich auch immer große Pflanzgefäße. Die kommen aber auch so zurecht. Also habe ich auch geschafft, normal im Balkonkasten. Und das ist halt sehr schön zu sehen, wer sich dann auch an diesen Königskerzen einfindet. Aroniabeere, Himbeeren haben sehr viele auf dem Balkon. Also Himbeeren tragen bei mir auch immer sehr gut. Ich habe Thaibeere gehabt, Brombeere. Wir können uns alles hinsetzen, worauf wir Lust haben. Hier nur noch mal Wildobst. Also ich habe seit 2015 habe ich zwei Aroniabeeren bei mir. Und es ist eben herausragend, wie schön die sind. Diese Blüte im Mai gehen die Insekten dran. Diese Beeren, die sind voller Antiziane. Deswegen sind sie so lila, Gesundheitsbeeren. Und dann Aroniabeeren stehen ja auch für diese großartige Herbstfärbung, die man hier einfach auch sieht. Und dann habe ich auch immer Felsenbirne. Hier habe ich auf dem Fensterbrett eine Zwergfelsenbirne getestet. Und hier habe ich eine Felsenbirne Obelisk auf diesem Erholungsbalkon. Und es ist einfach schön, diese Beeren hier halt über den Sommer reifen zu sehen. Bei Aroniabeeren wie bei Felsenbirnen ist es so, wenn die Vögel die entdeckt haben, dann holen die sich die Beeren. Da kann man mit Netzen arbeiten, muss man aber auch nicht. Und es kommt einfach auch immer darauf an, welche Vögel in der Umgebung vorkommen. Also in manchen Gärten werden die Aroniabeeren sehr schnell runtergefressen. Bei mir halten sich meine Sperlinge, halten sich da zurück. Und auch die anderen Vögel, zeige ich nachher noch, die sind da auch ein bisschen zurückhaltender. Finde ich gut. Ich habe bei mir auch immer Wildrosen. Also ich habe mittlerweile drei Wildrosen, wo mir die Vögel die Samen gebracht haben. Und es gibt natürlich Edelrosen, die jetzt länger blühen als so eine Wildrose. Aber es ist für mich und für viele andere, es ist ein schönes Gefühl, gerade eine Wildrose zu haben, die einem die Vögel einfach geschenkt haben. Die Blüten halten nicht zu lange. Aber bei mir ranken die vorne über die Brüstung rüber, sodass die auch nicht viel Platz in Anspruch nehmen. Sind total anspruchslos in den Kübeln, wo die jetzt durch die Vögel reingekommen sind, wachsen auch immer noch andere Sachen hier zusammen mit Herzgespann. Das ist ja auch eine Pflanze für nahrhafte Erde. Die kommen da sehr gut zurechten miteinander. Ich habe halt immer dann sehr schöne Hagebutten im Herbst, die auch jetzt total schön aussehen. Wir haben gerade Schnee in Berlin. Und es sieht total schön aus, wenn halt oben drauf die Schneedecke ist. Dann habe ich noch an Gehölzen Seidelbast. Und das macht einfach Spaß. Und der ist auch vollkommen anspruchslos, der Seidelbast. Der hat einen ganz beschränkten Raum bei sich und steht da auch schon seit Beginn. Aufgrund der vielen Gehölze bei mir, aufgrund des dichten Bewuchses und dadurch, dass ich halt ganzjährig Vögel füttere. Also ich habe drei Futterstellen zu hängen und auch immer drei Wasserstellen, wo ich täglich das Wasser wechsle, damit eben nicht Infektionen weitergetragen werden, habe ich halt sehr viele verschiedene Vögel bisher zu Besuch gehabt. Also jeden Tag kommt ein großer Trupp Haussperlinge. Es gibt Städte wie Hamburg und München, wo in der City schon gar keine Haussperlinge mehr zu finden sind, weil es dort so ordentlich geworden ist, die keine Nist- und Versteckmöglichkeiten haben. In Berlin, wir gelten ja als unordentlicher. Dort gibt es glücklicherweise noch einen sehr hohen Bestand an Haussperlingen. Für die Vogelzeitung der Falke habe ich 2019 mal einen Artikel geschrieben und habe eine Umfrage gemacht unter meinen Balkonleuten, welche Vogelarten die bisher zu Besuch hatten. und da haben sich eben lauter City-Balkons gemeldet. Ich bin die erste Spalte mit Berlin. Ich war da eben führend. München, die hatten, also mittlerweile habe ich 24 verschiedene Vogelarten bei mir gesehen. Also nicht fliegen im Himmel, sondern die waren richtig zu Besuch bei mir. Also die waren an den Futterstellen, die waren auf dem Boden des Balkons. Die Turmfalke war auf dem Fensterbrett auf dem Balkonkasten. Einmal saß der Turmfalke auf dem Boden vom Erholungsbalkon. Der Sperber fliegt mehrfach rein in den Balkon. Als Besonderheit habe ich eben auch Baumläufer. Ich hatte ein Pärchen Baumläufer zu Besuch. Also das ganz was Besonderes über den Winter, auch Hausrotschwanz. Das ist jetzt für Berlin auch nicht so typisch. Und die sind alle direkt auf dem Balkon gewesen. Der Eichelheer ist ein paar Mal reingeflogen und hat versucht, was zu finden bei mir. Der Zaunkönig im letzten Winter, das war auch ein schönes Erlebnis. Der ist dann täglich, ist der mehrfach vorbeigekommen und hat halt versucht, Insekten zu finden. In diesem Winter ist er leider nicht gekommen. Ich hoffe immer noch, aber da sind halt immer Schwankungen drin. Wenn wir halt unsere Balkons und Fenster begrünen, kommen die Vögel, weil sie sich verstecken können, weil sie Insekten suchen können, weil sie sich Samenstände abholen können. Wir schneiden ja auch nicht runter über den Winter. Also regelmäßig kann ich bei mir die Vögel, die Samenstände rauspopeln sehen. An der Kornblume, da kommt der Stieglitz, an die Disteln kommt der Stieglitz, der Stieglitz kommt an die Sonnenblumen, wenn die Samen so milchig werden. Die Skabiosen bringen uns die Stieglitze. Die Haussperlinge sehe ich halt auch, dass die auch sich Blattläuse holen. Das ist auch ganz spannend, dass die halt total helfen, die Vögel, dass wenig Blattläuse da sind. Die helfen auch gegen die Raupen. Es ist ein Problem bei großen Häusern in der Stadt, aber spannenderweise auch auf so einem kleinen Balkon wie bei mir mit einem Vogelschlag. Im Moment ist ja die Empfehlung, dass wir nicht so eine komischen Silhouetten an die Fenster rankleben sollen, diese schwarzen Dinger, sondern im Moment ist ja die Empfehlung, dass man Streifen, weiße Streifen im Abstand von 10 cm auf die Fensterscheibe raufkleben soll. Ist alles schwierig, wenn man halt in einer Wohnung nach draußen sitzt, wer will denn durch ein Gefängnisgitter gucken. Aber an der Stelle möchte ich nur mal sagen, es ist auch ganz schrecklich, wenn man drinnen im Wohnzimmer sitzt und draußen ist nur Vogelhorde und dann fliegt von mir aus die Ringeltaube ein. Die sind halt auch zu groß und flatterig oder der Sperber fliegt ein oder das Eichhörnchen springt rüber. Da ist halt Rabatz und die Vögel sind dann so erschreckt, dass es halt immer wieder passiert, dass die an die Fensterscheibe hauen. Bei mir ist es dann so, mein Balkon, dieser Südbalkon ist eben von drei Seiten Glas und die hauen an ein Fenster ran und hauen dann spannenderweise noch an die nächste Scheibe ran. Und wenn ich drinnen sitze, das klingelt richtig in Ohren. Also das ist so wichtig, dass möglichst von Beginn an halt auch versucht wird, was gegen Vogelschlag zu machen. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, wie hoch die Einschätzungen sind, was halt in den Städten kaputt geht durch den Vogelschlag, weil viel zu viel Glas verbaut wird. Natürlich wollen wir Glas haben, aber es wäre halt schön, wenn von Anfang an Glas verwendet wird, was vor Vogelschlag schützt. Also da gibt es Varianten, es wäre halt schön, wenn dafür gesorgt wird. Also es ist wirklich ein ganz schreckliches Gefühl mit diesem Krach, wenn die gegen die Scheibe hauen. Darf ich da einen Hinweis anbringen? Na klar. Wir haben nämlich vor einigen Monaten ein Webinar auch gehabt zu dieser Frage Vogelschlag. Und das ist noch zu sehen. Auf YouTube. Ja. Und da wird sehr differenziert erläutert, was man dagegen machen kann. Und auch so Maßnahmen, die nicht das Gefühl dann geben, man guckt durch ein Gitterfenster hinaus. Also dieses Webinar, das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Nämlich das ist wirklich ein schreckliches Problem. Du hast es ja jetzt auch sehr eindringlich gemacht. Ich habe mich mit dem Thema immer wieder befasst und lese dazu die Veröffentlichung vom BUND und von dieser Umweltanwaltschaft in Wien, die da sehr gutes Material auch rausgeben. Ich schaue mir das Webinar an, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Von der Umweltschaft in Wien. Ja, genau. Die haben ja sehr gute Sachen hinterlegt. Die sind echt Avantgarde in dem Bereich. Ja, genau. Und der BUND hatte da auch gerade im letzten Jahr eine neue Broschüre mit den aktuellen Forschungsergebnissen rausgegeben. Bitte weiter. Das ist jetzt nur mal ein Überblick mit meinen Eichhörnchen. Also ich kann tausende von Eichhörnchenbildern in so einen Vortrag einbauen. Sie sind einfach bei mir täglich zu Besuch. Und es ist spannend, dass die halt rüberspringen. Ich habe vor diesem Erholungsbalkon eine Kastanie zu stehen, deren Zweige enden 1,80 Meter vor der Brüstung. Und da halt die Eichhörnchen vier bis fünf Meter im Flug überbrücken können, springen die halt regelmäßig rüber. Sie können aber auch Raubputzwände hochklettern. Also bei mir in der Wohnanlage füttert ein älterer Herr noch. Der ist an der fünften Etage. Und die Eichhörnchen wissen, dass der jeden Tag neue Nüsse auslegt. Zudem klettern sie an der Raubputzwand hoch. Und sie können aber auch gut an Bäumen, an anderen Stellen des Hauses hochklettern und dann übers Dach sich dann auf andere Balkons runterlassen. Also dadurch, dass ich auf Social Media immer wieder Eichhörnchenbilder mal einflechten lassen, weil das so eine Herzensöffner sind, weiß ich einfach, dass sehr viele Leute Besuch von Eichhörnchen bekommen und regelmäßig Nüsse hinlegen. Aber es gibt eben eine riesen Problematik mit dem Bullen. Es verträgt sich nicht wirklich mit dem Anbau von Salat. Bitte weiter. Aber es ist herrlich. Wir Balkonleute können sehr viele Insekten zu Besuch bekommen. Wir empfangen sehr viele Wildbienen, was früher sich keiner hat vorstellen können. Also ich verfolge auch sehr intensiv den Deutschen Naturgartenverein. Und die hatten immer früher die Balkons auch nicht so auf dem Schirm. Und haben sich schon gar nicht vorstellen können, dass wir auf dem Balkon spezialisierte Wildbienen empfangen. Die halt diese spezialisierten Wildbienen, die brauchen für ihre Jungen, für ihre Nachkommen, brauchen die Pollen von ganz bestimmten Pflanzen. Und nur wenn die Pollen von dieser bestimmten Pflanzenart oder Pflanzenfamilie in der Umgebung finden. Die haben ja einen kleinen Flugradius von im Schnitt 400 Meter plus. Ist ja anders als bei den Honigbienen. Die haben einen kleinen Radius und die brauchen halt diese spezialisierten Wildbienen, Pollen von einer bestimmten Pflanzenart. Dann können sie sich dort an diesem Standort fortpflanzen. Und wir haben einen Balkon in München, City am Hauptbahnhof, also auch sehr zentral. Die Katharina Heuberger lässt, also die fotografiert sehr gut. Die macht gute Makrofotos. Und die schickt ihre Bilder immer zu Wissenschaftlern. Die hat da welche für Schmetterlinge, welche für Käfer, welche für die Wildbienen. Und die lässt sich alle Funde, lässt die sich bestimmen, sodass wir von ihr einen sehr guten Überblick haben, welche Tiere in der Stadt auf dem Balkon, sie ist auch im sechsten Stock, zu Besuch kommen. Und es ist eben schon herausragend, dass eben sowas wie die Rhein-Fahn-Maskenbiene im sechsten Stock fliegt. Also an diesem Pflanzennamen vorne erkennt man eben, dass das eine spezialisierte Wildbiene ist, die eben als Pollen für ihre Jungen unbedingt Pollen vom Rhein-Fahn haben muss. Die Wollbiene ist schon ein bisschen spezialisierter. Die Hummeln sind nicht spezialisiert. Und der Reinhard Witt, der war langjährig Vorsitzender vom Naturgartenverein, der schreibt das Wildpflanzentopfbuch. Das ist mittlerweile in fünfter Auflage erschienen. Und halt auch sehr viele Bio-Balkonleute sind dort inzwischen mit reingeflossen. Also wirklich Leute aus der Stadt, die halt ihre Beobachtung gemeldet haben. Und der hat eine Doppelseite drin, welche Wildbienen zum einen bei der Katharina Holberg, in München City, in Tübingen beim Professor, beim Dr. Paul Westrich gesichtet wurden und bei Lars Brehme in Halle, Mitteldeutschland. Und die haben halt sehr viele verschiedene spezialisierte Wildbienenarten zu Besuch, was toll ist, was großartig ist, sodass wir eben jetzt wissen, wenn wir bei Kongleute eben besondere heimische Pflanzen sehen oder Pflanzen, die eben spezialisierte Wildbienen fördern. Sowas wie die Resede, den Wein reinfahren. Wenn wir Glockenblumen pflanzen, damit fördern wir spezialisierte Wildbienen. Und weil das so großartig ist, dass wir eben beweisen, welche Rolle die Balkons haben, gibt es jetzt neuerdings auch beim Portal naturgucker.de gibt es jetzt ein neues Meldeportal für so ein Citizen-Science-Projekt. Das nennt sich Stadtinsekten, wo wir eben zum einen unsere Insekten bestimmen können, was jetzt aber immer noch nicht einfach ist, auch mit diesem Portal nicht. Aber wenn wir eben unsere Besucher bestimmt bekommen oder Hilfe bekommen bei der Bestimmung, können wir das dort eingeben in diese Stadtinsekten-Seite, damit immer mehr Forschungsmaterial zur Verschührung steht, welche Insekten wirklich in der Stadt auf den Balkons gesichtet werden. Es ist da noch immer abhängig, wie hoch der Balkon ist. Und da tut sich einfach total viel und das ist schön zu sehen. Bitte weitermachen. Bei den Schmetterlingen ist es genauso. Also die Schmetterlinge können wir dort auch eingeben. Und durch die Katharina Heuberger, aber auch bei mir. Wir haben eben Zitronenfalter haben wir zu Besuch, Taubenschwänzchen, Distelfalter, Admiral, Tagfaunauge, aber auch sehr, sehr viele verschiedene Nachtfalter haben wir zu Besuch, die dann eben auch Grundlage sind für die Flederröhmäuse. Also da spielen wir auch eine Rolle. Neben diesem Aspekt, dass wir eben Tiere fördern in der Stadt, können wir bei uns anbauen. Wichtig sind immer die Pflanzgefäße. Gute, torfreie Bio-Gemüseerde ist die Basis und große Pflanzgefäße. Also das bete ich meinen Leuten immer wieder vor, große Pflanzgefäße, größtmögliche Pflanzgefäße, wie es der Platz einfach hergibt. Für mich optimal sind Pflanzgefäße mit einem Wasserspeicher unten drin. Dieser hier hat einen 8 Liter Wasserspeicher drin. Der Kübel umfasst 70 Liter. Der hat optimalerweise unten auch noch Rollen dran. Dann von Hause aus, dass man den schieben könnte, wenn Platz wäre. Und der hat eine Verstrebung, weil Plastik dazu neigt, dass es auseinanderlappt, wenn es eben kein stabiles Plastik ist. Aber halt bei Balkonkästen auch immer drauf achten, größtmöglichst und in Zeiten der Klimaerwärmung Wasserspeicher. Es ist einfacher, weil wir weniger gießen müssen. Natürlich sollten wir in Substrat doch immer noch Wasserspeichernde Elemente mit reinmachen. Sowas wie Agraperlit, Bimsstein, Tonkugeln, Miscantus bewährt sich total. Schafwollpellets. Die Schafwollpellets sind eben ein regionales Produkt. Die speichern sehr gut Feuchtigkeit und führen halt Düngekraft zu. Die sind total stickstoffhaltig und sie belüften unser Substrat. Bitte die nächste. Beim Balkongärtnern ist es aus meiner Sicht wichtig, eben drauf zu achten, was bringt uns die höchste Freude, was ist ertragreich und was bekommen wir eben nicht mal im Biolan zu kaufen. Und anhand dieser Tabelle hier, wie viel Kilogramm man pro Quadratmeter ernten kann, ist mir jetzt noch mal klarer geworden, wieso die Leute, wenn sie was anbauen, halt einfach auch Tomaten anbauen. Die sind total ertragreich bezogen auf den Platzbedarf. Zucchinis können wir auch hervorragend auf den Balkon ziehen, aber die werden groß, die Pflanzen. Das wissen wir, die Leute, die die anbauen, aber sehr, sehr ertragreich. Und Bohnen. Also Bohnen stehen jetzt hier bloß bis zwei bis drei Kilo bis Quadratmeter, aber das sind halt Buschbohnen. Wenn wir mit Stangenbohnen arbeiten, mit Feuerbohnen, und es gibt ja sehr viele verschiedene Varianten von Kletterbohnen, die sind total ertragreich, die geben uns Balkonleuten Sichtschutz, die sorgen für eine Beschattung, und die sind sehr ertragreich. Die nächste Folie bitte. Balkon als Heilpflanzenbalkon. Also auch da haben wir gute Möglichkeiten, uns selbst zu versorgen mit Pflanzen, die gut sind für unsere Gesundheit. Artemisia Anwar, wer sich mit der befasst, einjähriger chinesischer Beifuß, ist halt sehr gut bei Erkältungskrankheiten. Bei Corona war er total gut bei Grippeankrankungen. Er tut uns gut. In den kann man eben täglich einfach zwei Blätter essen, wenn man die sich im nahen Umfeld anbaut, jeden Tag zwei Blätter oder jeden Tag im Tee, dann trocknen. Und dieses Bild soll eigentlich nur noch mal aussagen, den Unterschied zwischen einem größeren Pflanzgefäß und kleineren Töpfchen. Also das ist so wichtig, dass wir, wenn Bausalz keine Pflanzgefäße vorhanden sind, was aber eben optimal wäre, dass wir nicht mit so kleinen Töpfchen arbeiten. Kann man machen, ist sehr viel Gießaufwand. Aber man sieht, wie hellgrün die Pflanzen sind. Sie wachsen nicht so groß wie hier, die Pflanze in dem Balkonkasten. Die nächste bitte. Und jetzt ist es dieser einjährige chinesische Beifuß bei mir im Vertikalbeet. Der wird einfach richtig groß. Diese Vertikalbeete, die oberste Tasse ist auf 1,30 Meter. Und dann haben meine Modelle noch mal so einen Holzrahmen, der dann auf zwei Meter Höhe endet. Und die Artemisia Anua setzt sich eben immer in die oberste Tasse rein, auf 1,30 Meter. Die hat dann ganz viel Wurzelraum nach unten. Und die wächst über diese zwei Meter nach oben hinaus und wird einfach riesig gigantisch, weil die Wurzelraum zur Verfügung hat. Das ist so wichtig. Wer viel ernten will, wer es richtig üppig haben will, wir brauchen große Pflanzgefäße. Bitte weiter. Wir können auf dem Balkon alles anbauen, aber auch hier die Gurken, 20 Liter Kübel mindestens. Also ein kleiner Balkonkasten reicht nicht. 20 Liter windgeschützt können wir die anbauen. Zu normalen mittlerweile gibt es auch Vesper-Gurken, Snack-Gurken, es gibt Inka-Gurken, mexikanische Mini-Gurke. Also totale Vielfalt, was man eben ausprobieren kann und was so ein ganz großartiges Naschgemüse ist. Diese Flauertöpfe, die sind ja so üblich, die oben auf die Brüstung raufzustecken. Diese ganz kleinen Dinger zum Raufstecken, die bringen gar nichts. Also da ist so viel Gießaufwand. Mittlerweile gibt es die schon ein bisschen größer. Bei diesen Trittstöpfen drauf achten, wenn man mit denen arbeiten will, die größtmögliche Variante nehmen. Schön ist halt, wenn man Pflanzgefäße bekommt in einer Größe von 70 Liter. Da gibt es diese schwarzen Mörtelwannen, Speisbüttel heißen die regional, die man im Baumarkt bekommt. Die sind preiswert, die haben eine gute Größe, aber die sind halt nicht lebensmittelbar. Es gibt jetzt zum Glück eine Alternative, dass es sowas gibt, die heißen Futterwanne oder Wildeimer. Die sind lebensmittelecht, sodass eben die Weichmacher nicht ins Substrat kommen und dann von den Pflanzen aufgenommen werden würden. Aber das sind eben, die haben unten noch keinen Wasserspeicher drin. Man kann die jetzt anbohren an der Seite auf drei Zentimeter Höhe, kann Keramikkugeln, also nicht Keramik, Bimssteine reinfüllen oder Tonkugeln oder Ceramis, dann schafft man sich ein Reservoir. Aber es wäre eben schön, wenn Behälter in der Größe gleich von Beginn an da sind. Vielleicht kennen die Architekten oder Stadtinteressierten unter Ihnen in Berlin die Schlangenbader Straße. Da haben wir doch so eine Autobahnüberbauung, die in den 70er Jahren für irgend so eine Ausstellung gebaut wurden. Also in dieser Autobahnüberbauung geschlangenbader Straße habe ich mal gewohnt. Und da war halt, das war so Etappen, terrassenförmig. Und die hatten so wunderbare, große Gefäße bauseits drin. Und da hat sich das super gut gegärtnert. Und die sind halt mittlerweile total gut eingewachsen. Diese großen Pflanzgefäße dort, die sind mir in sehr guter Erinnerung. Dort auf dieser Schlangenbader Straße war ich erst im achten Geschoss. Und später haben wir dann illegal auf dem Dachgeschoss oben halt überall damals noch diese schwarzen Mörtelwannen hingestellt. Wir hatten dort ein Meer von Blumen oben auf diesem Dach. Das war unglaublich. Und man hatte diesen Blick über Berlin bis zum Grunewald. Wir haben alle Flughäfen gesehen. Das war einfach großartig. Das war mein erster Preis damals. Fotos von diesem, bitte weiter, von diesem Dach oben auf dieser Autobahnüberbauung. Wenn Balkonkästen immer gleich auf Wasserspeicher achten, bitte weiter. Aber schöner ist es eben, wenn wir große Pflanzgefäße bekommen. So kann man Gärtnern. Aber das ist wirklich ein Gießaufwand. Wobei beide Frauen hier, die Stefanie in Hamburg und die Marie in Witten, die haben überwiegend heimische Wildpflanzen, die mit wenig Wasser zurechtkommen, weil die in der Natur auf nährstoffarmen Standorten wachsen. Aber auch diese Wildpflanzen von nährstoffarmen Standorten könnte man in größeren Pflanzgefäßen ziehen, bräuchte sehr wenig gießen und es wäre noch ein bisschen einfacher. Aber wenn Sie das so sehen, dieses Blütenmeer, das ist doch einfach unglaublich. Und hier auch die Marie. Man sieht einfach, wie wir so geschickt agieren, um immer noch ein Töpfchen oder noch ein Balkonkästchen mehr außenrand zu machen oder eben irgendwo an der Hauswand zu befestigen. Ich persönlich habe bei mir auch von der Decke immer noch was runterzuhängen, einfach um Platz zu schaffen, um noch mehr Pflanzen unterzubekommen. Und dass halt möglichst kein Beton zu sehen ist, der eben diese Hitze speichert. Und vom deutschen BUND ist die Woche nochmal ein Newsletter gekommen. Da stand halt drin, dass die Städte mittlerweile 10 Grad wärmer sind als das Umland. Also für mich war das nochmal sehr krass. Als ich 2017 angefangen habe, hieß es immer 7 Grad und jetzt sind wir halt bis 10 Grad. Bitte weiter. Und wenn wir eben begrünen auch unsere Balkons, können wir eben draußen sitzen auf dem Südbalkon. Bei den Hochbeeten müssen wir immer aufpassen mit der Traglast. Vielleicht können wir im Anschluss auch nochmal was zur Traglast sagen. Für mich ist es ein großes Problem, dass in den Leuten so eine große Angst besteht, dass wir die Balkons zu doll belasten. Also wenn irgendwo sich Vorträge sind mit Balkonleuten, Traglast fällt immer als erstes und immer ganz angstvoll. Kann ich denn wirklich viele Pflanzgefäße bei mir auf dem Balkon haben? Bitte die nächste Folie. Wir arbeiten halt mit so Tischhochbeeten. Dann geht es auch von der Traglast. Hier sieht man eben nochmal, ich habe bei mir oben so Latten angebracht. Das hat jetzt die Hausverwaltung nicht moniert. Korrekt ist es nicht. Mir ist klar, dass ich das dann hinterher wieder ordentlich verschließen muss. Aber das gibt mir eben die Chance, Futterstellen und Töpfe auch von der Decke runterhängen zu lassen. Und hier sieht man einfach nochmal, wie geschickt wir Balkonleute einfach versuchen, noch mehr und noch mehr Pflanzgefäße unterzubekommen, um einfach eine Vielfalt an Pflanzen uns hinzusetzen. Diese Sachen hier, die bringen überhaupt nichts. Die sind nur schön für Fotos in den Magazinen. Viel zu viel Gießarbeit. Bitte weiter. Das hier sind halt schon die ersten Varianten vom Vertikalanbau. Da gibt es verschiedene Anbieter auf dem Markt. Bitte weiter. Die sind aber für mich alle nicht optimal. Ich möchte nämlich eigentlich Werbung machen für die Firma Herbios in der Nähe von Wien. In Maria Ansbach sitzen die. Das hier ist mein Westbalkon. Der ist eben 60 Zentimeter ist der breit. Der ist 5 Meter lang, 60 Zentimeter breit. Und da passt jetzt nicht mal ein Tisch hin, um da ordentlich sitzen zu können. Aber aufgrund der Vertikalbeete, die ich eben jetzt da überall hingestellt habe, kann ich eben dort wirklich sehr, sehr effektiv anbauen. Und der Jürgen Herler hat mir eben für diese 60 Zentimeter hat ein 58 Zentimeter breites Vertikalbeet angefertigt mit 80 Liter Wassertrog. Und diesen Wassertrog befülle ich über einen Wasserschlauch über das Badezimmerfenster. Also auch hier stehen Balkonkästen, es ist exzessiv begrünt. Ich habe halt keinen Außenwasseranschluss, keinen Außenstromanschluss. Und es ist sehr schwierig mit der Bewässerung. Seitdem ich diesen Trog hier habe mit 80 Litern, bewässert der mir die Westseite, indem ich eben so einen Kreislauf gelegt habe mit Schläuchen, die einmal rundherum gehen. Aber trotzdem muss man im Hochsommer dann diesen 80 Liter Trog wieder befüllen. Aber es ist eine Erleichterung und vor allen Dingen ist es eine Wasserersparnis, wenn man mit Tröpfchenbewässerung arbeitet. Also es spart Arbeit und wir verbrauchen wesentlich weniger Wasser, weil eben aufgrund der Tröpfchenbewässerung und dadurch, dass die Pflanzen direkt an die Tropfer gesetzt werden und die Tropfen eben in Intervallen direkt in den Wurzelbereich reintropfen, verbrauchen wir viel weniger Wasser und bekommen Sinn, dass die gleichmäßig bewässert werden. Also sie werden besser bewässert und mit weniger Wasser, als wenn wir mit der Hand gießen. Für viele Leute mit Balkon ist es schon die Entdeckung, wenn wir halt in den Facebook-Gruppen verbreiten, dass es von Gardena so einen Aufsatz gibt, den man beispielsweise an den Wasserhahn in der Küche oder im Badezimmer raufstecken kann. So einen Verbinder, sodass man dort halt einen Wasserschlauch ranmachen kann, sodass man wenigstens mit Schlauch gießen kann. Aber das heißt halt, dass der Schlauch wie bei mir übers Badefenster nach draußen geleitet wird oder bei anderen Leuten durch die Küche oder über den Flur. Aber es ist halt nicht schön, wenn der Schlauch dann auch rumliegt. Manche Leute lassen den dann rumliegen, weil das Arbeitsaufwand ist, den halt immer wieder zusammenzurollen und ordentlich wegzustellen. Aber so mit Wasserschlauch zu gießen ist schon die Verbesserung, wer draußen keinen Wasseranschluss hat. Aber das wünscht man eben den neu geschaffenen Balkons, dass dort Außenstrom und Außenwasser ist. Das ist so eine Erleichterung. Umso leichter ist dann wirklich die Begrünung in Verbindung mit den großen Gefäßen. Die nächste Folie bitte. Also ich möchte jetzt einfach nochmal Werbung machen für Vertikalbeete. Hier sieht man halt, dass bei diesem Modell ist eine durchgehende Erdwand. Also auf so einer Breite ist von unten, vom Boden bis auf 1,30 Meter ist Substrat drin. Ein spezielles Vertikalbeet-Substrat mit Agrarperlit, was eben extrem gut Wasser speichert. In diesem Substrat sind Schafwolle mit drin, die auch sehr gut Wasser speichert. Und die düngt, die ist halt gut durchlässig, die funktioniert super. Und dadurch, dass eben die Pflanzen aus jeder Tasse automatisch nach hinten wachsen, weil hier sich in diesem durchgehenden Erdkörper sich das Wasser immer besser, sich immer mehr Wasser sammelt, weil es vorne verdunstet, es eher als hier hinten. Hier ist es feuchter und die Pflanzen wurzeln automatisch dorthin, wo es halt feuchter ist. Und die wachsen in diesen Vertikalbeeten extrem gut. Also das hier ist eine Tomate Goldene Königin, habe ich 80 Tomaten von geerntet. Und das sind eben keine Cocktailtomaten, sondern große, normal große Tomaten, so wie man sie einfach haben will. Das hier ist eine gelbe Dattelwein, gehen total gut in der obersten Etage vom Vertikalbeet. Bitte die nächste Folie. Jetzt müsste nochmal ein Bild vom Mai kommen. Hier habe ich eben einen Säulenapfel, Traubenhierzind, daran nunkelstrahl. Daran sieht man eben, dass es ein Maibild ist. Hier sieht man nochmal sehr gut den Bewuchs, auch schon im Mai. Ich habe halt eine durchgängige Bepflanzung, Gärtnerin allen vier Jahreszeiten. Und im Mai gehen dann eben die Wintersalate in die Blüte, die Asiasalate. Und das hier ist auch ein Kohlrabi, der eben in die Blüte gegangen ist. Das sieht auch schon Ende April, Mai, sieht es einfach total schön aus. Und die nächste Folie bitte. Diese Vertikalbeete sind eben sehr ertragreich. Also ich konnte es von mir immer sagen, dass sie eben total zuwuchern. Dadurch, dass mein Balkon nur 60 Zentimeter breit ist. Und wenn ich eben nicht schnell genug ernte und es zu weit wachsen lasse, dann komme ich eben noch schlechter über diesen schmalen Balkon. Ich kann schon sowieso nicht normal gerade laufen, sondern ich muss immer schräg laufen mit dem Gesicht zur Straße, dass ich überhaupt durchkomme. Aber wenn es dann eben Juli, August ist, ist das total zugewuchert. Und Herr Bios hat im letzten Jahr regelmäßig alle paar Wochen auf so ein Vertikalbeeten die Kräuter geerntet und abgewogen, um eben dann selber erst mal zu merken, wie ertragreich diese Beete sind und wie viel Wert dahinter dann auch steckt. Wenn wir eben dann umrechnen, wie teuer Kräuter normal im Supermarkt sind. Das ist ja das Schreckliche, dass die im Supermarkt so klein in Plastik verpackt sind. Das brauchen wir eben alles gar nicht. Bitte in die nächste Folie. Und Vertikalbeete gehen eben total gut für schmale Balkons, wie wir hier sehen. Man muss bei diesen nur immer gut aufpassen, dass die eben von Beginn an schräg eingesetzt werden, die Jungpflanzen. Also man kann in diesen Beeten aussehen, aber besser ist es, mit vorgezogenen Pflanzen zu arbeiten. Dann ist es effektiver, wenn man eben mehrfach im Jahr wieder Jungpflanzen reinsetzt. Immer wenn eine Pflanze durch ist und eben ein Loch entsteht, dann setzt man einfach wieder eine neue Jungpflanze rein. Und die setzt man von Beginn an leicht schräg, dass eben die Wurzeln von Beginn an in Richtung von diesem feuchteren, durchgehenden Erdkörper sind, der hinten ist. Hier erkennt man das gut. Und man pflanzt eben beim südseitigen Balkon immer Pflanzen einer Art übereinander, damit einfach die Beschattung besser ist. Und wenn es eine Ost- oder eine Westseite ist, muss man eben aufpassen, dass eben vorne am Licht die niedrigeren Pflanzen wachsen und die größeren Pflanzen dann mehr zur Hausseite, dass die sich nicht das Licht wegnehmen. Bitte die nächste Folie. Wintergemüse möchte ich einfach nochmal erwähnen. Das ist einfach noch nicht so im Bewusstsein drin. Es gibt eine riesige Auswahl. Hier sind jetzt auch noch Winterheckenzwiebeln drin. Das ist ein Permavetchie. Hier hinten ist ein ewiger Kohl. Auch ein Permavetchie. Also der wächst über mehrere Jahre. So ein Baumkohl ist total ertragreich. Kann man in allen vier Jahreszeiten Gärtnern und Erdnern. Das macht richtig viel Spaß. Das nächste bitte. Das gibt 77 Sorten Wintergemüse, was absolut frosthart ist. Also das hier ist jetzt der Asia-Salat Mizuna. Hält 15 Grad Minus aus. Kann man mehrfach beernten im Winter. Halt nur immer das Herz stehen lassen. Ist auch der Mizuna. Das ist der Winterpostelein. Hält minus 20 Grad aus. Kann man sechsfach beernten im Winter. Ist unglaublich gut. Das hier ist halt so ein Fensterbrettbild mit Eichhörnchen bei mir. Rechts ist ein Asia-Salat Red Giant. Bitte weiter. Und da wir eben, also dieses Gemüse hat die Gabe, dass es frosthart ist in verschiedenen Stärken. Sowas wie Radieschen minus 5 Grad. Grünkohl minus 10 Grad. Die Asia-Salate im Schnitt minus 15. Felsen, Feldsalat, Rostelein minus 20. Die haben es in sich. Und wenn wir dann aber berücksichtigen, dass es eben Anbau auf dem Balkon ist in der Stadt. Geschützter Balkon, wo die Hauswand noch abstrahlt. Und diese 10 Grad Unterschied durch die Wärmeglocke der Stadt. Die Klimaänderung. Also wir können auf dem Balkon, aber natürlich auch im Garten immer länger anbauen, weil die Frostphasen kürzer sind. Und wir können durchgängig erdnern. Also dieses Wintergemüse, das sollte man vor Frost, braucht man es nicht schützen, aber eventuell vor Regen. Also dem bekommt nicht so gut, wenn es halt nass regnet und dann der Frost reinhaut. Oder eben wenn es regnet und nicht gut abtrocknen kann. Dann ist es eine Eintrittspforte für krankmachende Pilze. Bitte weiter. Aber Balkons, die überdacht sind, die sind absolut geeignet für Wintergemüseanbau. Und auch auf meiner Westseite habe ich kein Dach oben drüber. Ich mache keinen Frostschutz. Ich mache keinen Regenschutz beim Wintergemüse mit gar nichts. Und es gedeiht auch gut. Das ist halt ein Bild vom Januar. Das ist einfach bloß schön, halt im Winter dieses essbare Grün zu haben und dieser Blick. Also die Leute, die sowas machen, die sind total happy damit. Bitte weiter. Mangold geht total gut im Balkonkasten. Ist super ergiebig. Und dadurch, dass es eben inzwischen Züchtung gibt, bunte Mangoldsorten, Breitleitz heißt der oder Renbo, diese zwei Mischungen gibt es, wo eben der Mangold so eine schöne roten Blattstiele hat, rote Blätter, gelbe Blattstiele. Das gibt eben Mangold mit rosa Blattstielen, mit orangenen Blattstielen, mit weißen. Das ist der Silber. Also einfach total schön. Das ist eine echte Bereicherung von der Optik her. Und es ist eben essbar. Bitte weiter. Grünkohl haben wir ja schon hier gesehen. Es geht im Balkonkasten von 60 Zentimeter Länge. Eine Pflanze so wie eine Solitärpflanze. Und unten eben noch Unterpflanzen mit Asiasalaten oder Feldsalat oder Posteleien, was man eben gerade so machen will. Und das sieht klasse aus. Und man kann eben immer von unten nach oben Zweige abmachen. Bitte weiter. Der Posteleien. Minus 20 Grad hält er aus. Der gedeiht total gut ohne Winterschutz. Der schmeckt ganz mild. Das ist das Besondere an ihm. Und der ist sehr Vitamin C-haltig. Sehr gesund. Absolut ertragreich. Und das ist eben ein Bild von einem Vertikalbeet, was vollkommen überwuchert ist, weil Posteleien zur Selbstversammung neigt. Also das hier ist ein Bild vom April müsste das sein. Da geht der eben in die Blüte. Das ist keine heimische Pflanze. Der nützt den Insekten gar nichts. Und der macht dann die Samen. Und es gibt Probleme mit dem, dass er in Regionen, wo es sandiger ist, da neigt er schon dazu, invasiv zu sein. Also außerhalb von Ortschaften mit Sandboden ist er teilweise in den Wäldern schon unterwegs. Deswegen beim Posteleien aufpassen, dass man den vollkommen verzehrt, bevor der eben die Samen ausbildet. Er geht dann sowieso kaputt. Also das ist keine mehrjährige Pflanze, sondern der keimt erst bei einer niedrigen Temperatur. Wenn eben die Temperatur im September unter 12 Grad geht, dann keimt er erst. Geht dann in Höchstform über den Winter sechsfach beerntbar. Und wenn es dann warm wird, blüht ein Samen und dann geht er kaputt. Und bevor der sich versamt, sollte man ihn wirklich rausnehmen. Bitte die nächste. Asiasalate. Da gibt es ganz viele verschiedene Sorten. Mizuna. Das ist Red Giant, der wirklich ganz groß wird. Der Tatsoi ist das. Green in Snow. Feather Green. Nochmal Green in Snow. Und Red Giant. Und es gibt noch viele andere. Wasabino gibt es noch. Die zeichnet aus, dass es Kreuzblütler sind mit sehr viel Senföl-Glycosiden drin. Die sind würzig. Die schmecken teilweise scharf. Aber sind aufgrund der Senföl-Glycoside total gesund für uns. Also das ist die Entdeckung. Wer sich auf die eingeschossen hat, der mag keinen langweiligen Eisbergsalat mehr. Und die sind viel, viel gesünder und viel, viel ertragreicher. Und halten minus 15 Grad aus. Ist ganz toll. Bitte weiter. Bei dem Wintergemüse ist einfach nur wichtig zu beachten, dass wir die eben nicht beernten, wenn die gefroren sind. Da sehen die schrecklich aus. Aber wenn der Frost vorbei ist, dann können wir auch wieder ernten. Und eigentlich wird immer empfohlen, dass halt Regenschutz gegeben wird. Bei kälteren Regionen sehe ich das auch alles ein. In der Stadt funktioniert es meistens auch ohne Regenschutz. Und wenn eben so ein Balkon überdacht ist, ist das optimal. Düngen brauchen wir zwischendurch gar nicht. Man achtet einfach beim Setzen auf nährstoffreiche Erde. Und da es ja im Winter kälter ist, braucht man kaum Gießen. Also es ist ganz wenig Arbeit. Und wir haben auch gar keinen Schädlingsdruck. Diese Asiasalate sind ja Kreuzblüter, die jetzt interessant wären für Raupen. Aber dadurch, dass es eben Anbau, Herbst, Winter, zeitiges Frühjahr ist, besteht überhaupt kein Schädlingsdruck. Und das macht es eben nochmal einfacher. Und es ist eben eine Nutzung der Pflanzgefäße, der Möglichkeiten über alle vier Jahreszeiten. Bitte weiter. Es gibt seit zwei Jahren eine ganz tolle Webseite, NaturaDB. Also das ist eine Pflanzdatenbank, die ich jedem empfehlen kann. Da sind sehr viele Pflanzen hinterlegt, mit sehr vielen Eigenschaften. Sind die wintergrün, sind die essbar, haben die eine Heilwirkung, Lichtkeimer, Pflanzabstand, Kübeleignung, großer, kleiner Kübel. Und vor allen Dingen sieht man eben dort, welchen ökologischen Wert diese Pflanzen haben. Also man sieht zu jeder Pflanze, wie vielen Tieren die nützt. Wie viele Wildbienen und welchen spezialisierten Wildbienen, die eben eine bestimmte Pollen einer bestimmten Art oder Familie brauchen. Welchen, wie viele Schmetterlingen und man kann das dann aufklappen. Da steht dann genau, welchen Schmetterlingen die nützt und welchen Raupen von Schmetterlingen und welchen spezialisierten Raupen. Also das ist ein tolles Tool, wo man für jede Pflanze erkennen kann, was hat die für ein ökologisches Potenzial. Das ist einfach ein Potenzial. Bei den Wildbienen ist es ja so, dass die halt in der Umgebung vorkommen müssen. Bezogen auf den Balkon müssen sie nach oben fliegen. Aber es zeigt halt das ökologische Potenzial und es ist großartig. Man kann dort auf Natura DB sich Listen anlegen. Beispielsweise, welche Pflanzen man aktuell auf seinem Balkon oder Fensterbrett hat. Und dann bekommt man eben so eine Auflistung, wie viele Pflanzen in jedem Monat blühen und inwieweit die fliegenden Wildbienen abgedeckt sind. Also das schießt einem richtig ins Auge, ob man ein Loch hat im Blühangebot, wo man dann eben nachbessern müsste. Also das gibt Balkons, wo eben beispielsweise im März und April noch nichts blüht, weil keine Frühblüher gesetzt wurden. Oder wo im September und Oktober nichts mehr blüht, weil eben da viele heimische Pflanzen das einfach nicht mehr hergeben. Aber man kann eben bei dieser Datenbank dann eingeben, zeig mir Pflanzen, die im Oktober blühen, zeig mir Pflanzen, die eventuell im November noch blühen. Und so kann man nachbessern. Und man kann über diese Pflanzdatenbank sich auch beispielsweise einen Balkon gestalten, der nur gelb blüht oder nur blau blüht. Und wer eben so in eine bestimmte Richtung will, der kann eben sagen, zeig mir die Pflanzen an mit Kübeleignung. Aber das sind alle Pflanzen, haben eine Kübeleignung, ist immer bloß die Frage der Topfgröße. Zeig mir Pflanzen an für einen blau blühenden Balkon. Und das ist einfach ein ganz tolles Hilfsmittel, was erst seit zwei Jahren auf dem Markt ist. Und die Leute, die damit arbeiten, die sind alle total begeistert, weil wir eben viel mehr Informationen ganz schnell bekommen, ohne auf verschiedenen Webseiten blättern zu müssen oder an Büchern blättern zu müssen. Und es ist eben einzigartig, dass für jede Pflanze oder jede Liste, die man sich anlegt, der ökologische Wert gezeigt wird. Bitte weiter. Das hier war jetzt eine Liste für Wintergemüse. Also bei vielen Leuten ist auch nicht so bekannt, die denken eben bei Förderung von Insekten und anderen Tieren jetzt nur an heimische Pflanzen oder an Pflanzen aus der amerikanischen Prärie. Aber auch unser Gemüse, wenn wir das ausblühen lassen, holen wir uns die Freude von Blüten und da gehen Wildbienen ran. Also das hier ist eine Radieschenblüte, ist doch ungeheimlich schön. Die gibt es auch noch in abgeschwächterer Farbe und noch kräftiger. Das hier ist ein Grünkohl. Das hier ist eine Platzichoria. Sieht aus wie eine Wegwarte, weil die verwandt sind. Das ist einfach großartig, halt im Kopf zu haben, auch das Gemüse und auch die Kräuter blühen zu lassen, um für uns Blühfreude zu haben und eben ein Angebot für die Insekten. Bitte weiter. Und aus diesen Schoten von den Radieschen oder von den Aseasalaten oder von der Winterkresse, hier von einer Kohlrabi-Pflanze, kommen eben aus den Blüten, die sind essbar, kommen Schoten. Und man kann eben diese Schoten essen, wenn sie zart sind. Also das ist nochmal eine ganz spannende Erweiterung, wie man sein Gemüse nutzen kann, wenn man eben nicht im Erwerbsanbau unterwegs ist, sondern eben auf beschränkten Raum gärtnert und man eben seine Pflanzen stehen lässt. Guckt, was passiert mit den Blüten, wer geht da ran, was passiert da mit den Blüten. Dann kommen eben die Schoten, wo die Samen drin sind. Aber im Junk kann man die essen und die schmecken auch wunderbar pikant und knacken. Es ist einfach toll. Bitte weiter. Mittlerweile gibt es so einen Trend zu essbaren Wildpflanzen, weil immer mehr ins Bewusstsein kommt, dass eben wir Menschen vor Einführung der Nutzpflanzen, vor den ganzen Züchtungen uns eben von den Pflanzen ernährt haben, die draußen einfach so in der Natur wachsen. Viele Leute ernten draußen an der Natur diese essbaren Wildpflanzen. Die haben immer eine höhere Vitalstoffdichte als die ganzen Nutzpflanzen. Also da gibt es genügend Untersuchungen, obwohl da keiner diese Untersuchung so richtig fördert, weil da verdient keiner dran, wenn wir eben in der Natur essbare Wildpflanzen ernten oder wenn wir die uns anbauen. Die Betriebe verdienen was davon, wenn sie eben Nutzpflanzen anbauen und verkaufen. Aber diese essbaren Wildpflanzen wie hier der Beifuß, der gewöhnliche Beifuß oder der Gierch oder die Luzerne, die Brennnesseln, die sind alle essbar, sind total robust und wieder, ja, die kommen mit den Widrigkeiten zurecht und haben eben sehr viele Mikro- und Makronährstoffe drinne. Und wenn es eben darum geht, den wenigen Platz besonders gut auszunutzen, finde ich es auch immer spannend, Pflanzen anzubauen mit hohem Vitalstoffgehalt. Das ist nochmal ein Blick auf meine Westseite, wo ich eben diese Futterstelle habe. Ich persönlich habe auch immer Brennnesseln bei mir im Anbau, weil die eben sehr eiweißhaltig sind, sehr viel Vitamin C, sehr viel Vitamin B und man kann die immer wieder abschneiden, die treiben immer wieder aus, kann man verwenden wie Spinat. Also für die Gerichte, wofür man Spinat verwendet, kann man Brennnesseln nehmen. Und das ist total spannend, weil die eben super wüchsig sind, wenn man denen einfach genügend Stickstoff unten reinhaut und immer wieder nachdüngt. Bitte weiter. Eine andere tolle Pflanze ist der Gierch. Also die Leute mit Garten, die heulen dann immer auf. Aber wenn man den im Topf hält, vermehrt er sich eben nur innerhalb des Topfes. Der ist sehr wüchsig, man kann sehr viel ernten. Und wenn wir eben die jungen, zarten Blätter abmachen, die schmecken richtig gut. Kann man auf einen Salat machen, wie Spinat verwenden. Ist einfach eine tolle Pflanze, die sehr viel Blattmaterial bringt. Bitte weiter. Jetzt kommt nochmal der Löwenzahn mit seinen Bitterstoffen. Ist einfach auch total gesund für unsere Verdauung. Wenn man mehr Bitterstoffe einbaut, durch Löwenzahnblätter, durch Platzichurien. Das tut unserer Gesundheit gut. Und die gedeihen, obwohl die eine Pfahlwurzel haben, gedeihen die auch im Topf. Bitte weiter. Andere essbare Wildpflanzen, die aber eben auch gut sind für unsere Insekten. Vogelmiere gedeiht total gut im Balkonkasten. Sauerampfer, Blutampfer, die ganzen Alliumgewächse, die immer insektenfreundlich sind. Aber die Stiele und Blüten können wir auch immer essen. Klettenlabkraut auf dem Fensterbrett, Franzosenkraut. Das ist einfach nochmal eine Erweiterung der Möglichkeiten, wie wir unseren Platz ausnutzen können. Und uns wirklich Pflanzen zur Verfügung zu stellen mit sehr vielen guten Nährstoffen drin. Bitte weiter. Ich persönlich gärtnere mit Wurmhumus aus einer Wurmkiste. So eine Wurmkiste hier steht bei mir in der Küche seit 2015. Da tue ich nach dem Gemüseschneiden sofort die Reste vom Gemüseschnüppeln rein. Und dann kommen immer noch 20, 30 Prozent Kohlenstoff rein. Das können klein gerissene oder durch den Schredder gehauene Tageszeitungen sein. Man braucht heutzutage keine Sorge mehr zu haben wegen Schadstoffgehalt. Bei der Druckerschwärze, das war früher, kritisch sind heutzutage bloß noch diese Hochglanzmagazine. Die haben noch Schwermetalle drin, aber die normalen Tageszeitungen nicht. Wir können auch vom Klopapier die Rollen nehmen, die Reste von dem Haushaltspapier oder eben Karton ohne Plastikband drauf kleinreißen und davon 20 bis 30 Prozent rein in die Wurmkiste. Ein Anfangsbesatz von 500 Kompostwürmern kommt da rein und die vermehren sich. Die Menge da drin ist immer abhängig davon, wie viel Biomaterial dort reinkommt und wie viel geerntet wird. Also ich kann viermal im Jahr jeweils fünf Liter Wurmhumus ernten. Und auf diesem Wurmhumus, den nehme ich zur Auffrischung meiner Erde und baue darauf eben wieder an. Das ist ein Kreislauf wie draußen in der Natur, wie in der Permakultur. Und eine andere tolle Variante, diesen Wurmhumus zu nutzen, ist eben Komposttee. Also in Wurmhumus ist genau wie im Gartenkompost Unmengen von Bodenleben drin. Ganz viele verschiedene Mikroorganismen, die wir genau wie draußen in der Natur in unseren Töpfen haben sollten. Wenn wir uns immer neue Erde kaufen, die halt in diesen Plastiksäcken drin ist, die es hoch erhitzt, da ist kein Bodenleben drin. Damit aber unsere Pflanzen gesund und kräftig wachsen, nicht anfällig sind gegen Schädlinge, sollten wir Bodenleben fördern, indem wir eben mit Wurmhumus arbeiten oder Gartenkompost. Oder eben uns ein Komposttee, Rauen aus Gartenkompost oder Wurmhumus. Da nimmt man einfach eine Handvoll Wurmhumus, tut das in einzelne Socke rein oder in eine alte Strumpfhose und hängt die in die Gießkanne rein für 48 Stunden bis 72 Stunden. Und die Anzahl der Mikroorganismen explodiert und damit gießen wir dann unsere Pflanzen und pflegen so immer wieder das Bodenleben. Natürlich sollte der Boden, das Substrat in unseren Töpfen auch bedeckt sein, damit das Bodenleben nicht kaputt geht, damit weniger verdunstet. Also genau wie draußen in der Natur, den Boden bedecken, halt indem wir dicht pflanzen oder indem wir mulchen. Es funktioniert super gut, auch im Topf. Bitte weiter. Ah ja, ja, also meine Webseite nochmal und ich glaube eine Folie habe ich noch, glaube ich oder auch nicht. Gut, ich habe keine mehr, dann danke ich fürs Zeigen. Vielen Dank für die Unterstützung beim Zeigen. Das war jetzt sehr hilfreich. Danke. Ja, Helga, bitte. Ja, ich würde dich bitten, Birgit, noch zu sagen, wann dein nächster Biobalkon-Kongress stattfindet. Am 15. März startet schon mein 14. Kongress. Also ich habe 30 Experten und Praktiker, die zum Vertikalanbau sprechen, zu ganzjährigen Gärtnern, zu Boden, wie wir unser Substrat pflegen können. Dies Jahr ist die Besonderheit, dass ich als Schwerpunkt schattige Bereiche genommen habe und Nordbalkons, weil die Leute mit solchen Nordbalkons einfach ihre Balkons auch nutzen wollen. Und da habe ich halt einen Vortrag zur heimischen Wildpflanzen für Nordbalkons, aber ich habe auch noch einen anderen Vortrag, wie wir mit Wind zurechtkommen. Das ist auch eine Belastung für viele Balkons oder Dachterrassen. Das macht eine Pflanzplanerin aus Wien. Wurmkompostierung ist ein Thema und es gibt auch wieder Balkonleute, die Reise gewonnen haben mit ihren Balkons, weil die einfach so toll gestaltet sind, so insektenfreundlich bzw. auch so schnell gestaltet wurden. Ich habe auch einen kleinen Balkon, die halt innerhalb von drei Monaten bewiesen hat, dass man einen Balkon super schnell begrünen kann und die hat sich von ihrem Freund eine Pergola bauen lassen und die ist halt berangt mit Kiwi und Wein und noch irgendwas Einjähriges hat die erst mal für einen Start. Also die konnte im ersten Sommer, hat die da gleich schattiger gesessen und die teilen halt mit uns die Erfahrung und das macht immer den Leuten richtig Spaß. Ich habe halt Stammzuschauer, die dann in diesem Kongresszeitraum in den zehn Tagen immer gar kein Fernsehen gucken, sondern dann immer Bio-Balkon-TV. Und bei mir ist die Besonderheit bei dem Kongress, dass auch unter jedem Beitrag kann man Fragen reingeben und die Experten gucken auch fast alle drauf und beantworten nochmal die Fragen. Also so, dass wirklich ein Erfahrungsaustausch passiert und wir voneinander lernen können. Und das ist eben kostenfrei. Ja, wer dabei sein will, einfach auf meiner Webseite anmelden und dann kommen jeden Tag über Newsletter drei Links zu drei Beiträgen und dann kann man sich eben aussuchen, was man gucken will, was einen interessiert. Ja, wunderbar. Das ist ein ganz fantastischer Vortrag gewesen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Also es sind natürlich so viele Informationen nun rübergekommen, dass man wahrscheinlich am besten deine Website besucht und vielleicht auch das eine oder andere nochmal nachhört auf unserem Kanal. Und wenn ich sehe, jetzt auf diesem letzten Bild hast du auch Bücher geschrieben. Sind das Informationen, die du zusammengefasst hast? Ja, also in meinen Büchern steht das auch alles drin. Dieses Buch hier empfehle ich für totale Anfänger. Das ist ein bisschen umfangreicher. Das ist erschienen beim Gräfe und Unser. Ist halt ein sehr guter Ratgeber. Und das hier ist im letzten Jahr im Mai erschienen beim Ulmer Verlag in der Machs Nachhaltig Reihe. Da ist eben schon der Aspekt nachhaltig zu agieren und auch sehr viele Pflanzgemeinschaften sind mit reingekommen, weil es eben immer darum geht, um das Ganze leichter zu machen. Große Pflanzgefäße und in Gemeinschaften setzen. Was funktioniert gut miteinander? Wobei ich kein Fan bin von der klassischen Mischkultur, sondern überhaupt immer eine Vielfalt an Pflanzen, auch Gehölze und auch immer heimische Wildpflanzen für die Insekten, weil die das Optimum darstellen und für uns zum Essen. Und weil eben viele auch eine Heilwirkung haben, was uns einfach auch gut tut, wenn wir diese Wildpflanzen täglich in irgendeiner Form eine Handvoll zu uns nehmen. Ja, also ich darf mich auch nochmal ganz herzlich für diesen wahnsinnig inspirierenden und fachkompetenten Vortrag bedanken. Es gibt eine Meldung. Ganz toll, genau. Es sind viele Fragen schon beantwortet worden, aber es gibt noch Meldungen und Fragen vielleicht aus der Runde. Das würde ich jetzt gerne ersuchen, dass man da jetzt vielleicht eine Fragerunde, solange du noch Zeit hast, Birgit. Ich habe Zeit. Wenn Simon und der Jonas hat sich schon gemeldet, dann würde ich jetzt gerne das Wort geben. Ja, vielen Dank. Hört ihr mich? Ja. Super. Ja, erstmal auch tausend Dank für den Vortrag. Ich bin total begeistert und sehr inspiriert für meine Gartensaison auf dem Balkon. Was ich mich gefragt habe, es ist ja ein großer Nutzen für die Gesellschaft und Biodiversität in der Stadt. Gibt es da, also ich komme vielleicht zum Hintergrund, ich komme auch aus Berlin und gibt es da irgendwie eine Art von Förderung? Weil ich würde das natürlich gerne auch zum Beispiel NachbarInnen mit Sozialbauten oder sowas vielleicht mal die Infos an die Hand geben, abgesehen von den Infos, die bestimmt auf der Webseite sind, da war ich jetzt noch nicht drauf. Aber gibt es da irgendeine Art von Förderung auch von der Stadt oder Umweltbundesamt oder sowas? Also speziell für Berlin haben wir ja noch diese Umweltorganisation Grüne Liga Berlin, die bietet Beratung, wenn es rein um eine Beratung geht. Wir haben für Berlin haben wir noch so eine Gruppe, die nennt sich Grüne Höfe, die beraten bei der Begrünung von Innenhöfen. Die machen das ehrenamtlich in ihrem Rahmen, wie die das so schaffen. Aber es gibt jetzt keinen Zuschuss, wenn man eben anfängt zu begrünen. Da ist mir nichts bekannt. Aber mittlerweile gibt es viele Informationen dazu. Also Grüne Liga, die beraten auch gut für Berlin. Und in Leipzig haben wir beispielsweise, da haben wir die Öko-Löwen, in Hamburg haben wir Green City Hamburg, in München haben wir Green City München. Also es gibt schon in vielen Städten spezielle Organisationen, die dann dort vor Ort zur Verfügung stehen. Und Leipzig ist, die geben zum Beispiel Frühblüherzwiebeln aus, die geben Kletterpflanzen aus in so einem Spezialprojekt und die geben Pflanzen aus für die Begrünung von Baumscheiben. Da werden so Verträge gemacht, wo die Leute verpflichtet werden, dass sie sich um die Baumscheibenpflege kümmern müssen. In Berlin ist es ein MAU, da hat jetzt Wasser, wie heißt denn unsere Wasserfirma, ist egal, die haben mal Gießkannen ausgegeben. Toll. Damit man Baumscheiben pflegt, ja. Es ist wie immer Eigeninitiative, aber man wird belohnt, das ist es. Und so, wenn irgendjemand einen Vortrag haben will, also da kann man mich immer ansprechen. Oder Workshops vor Ort, ja. Die Sophie hat sich noch gemeldet, bitte. Ja, guten Abend. Gibt es Lösungen für Balkon mit Glas? Es gibt eine ganze Idiotarchitekt, die haben Balkon gemacht mit Glas. Das wird zu heiß, das ist die Problem. Ja. Gibt es irgendwo Lösungen zu finden? Also, manche, viele können ihre Fenster aufmachen und wenn die so nach vorne rausgebaut sind, so kastenförmig nach vorne, da kann man da manchmal querlüften und dadurch wird es kühler. Mein normaler Balkon war die Hecke, Entschuldigung, ich habe mein Deutsch sehr lange nicht mehr geübt, aber der Balkon ist raus, aber die Ecke ist vom Glas und das ist ein Problem. Ja, also praktisch, die Balkonbrüstung selber ist aus Glas, das war und ist immer noch bei Architekten beliebt. Ja. Was macht man damit hier? Ja, kann man das, gibt es Lösungen? Gibt es Möglichkeiten, um da gegen zu kämpfen? Die Leute, die vorne Glas haben, die machen sich wieder so eine Schilfmatten davor. Ja. Aber kann man vielleicht auch, du hast gezeigt, also diese vertikalen Trüge, die so schräg sind, kann man die nicht einfach hinter das Glas setzen oder wird das dann zu heiß für die Pflanzen? Das muss man ausprobieren am jeweiligen Standort, also da gibt es keine Aussage bei diesen Beeten, die sind selbst stehen, die werden auch nie an der Hauswand befestigt, das ist das Schöne, die sind auch stabil bei Stürmen, aber damit kann man sich auch total verschatten. Also das ist manchmal auch wirklich schwierig, wir wollen uns Schatten schaffen, aber manchmal ist dann schon wieder so viel Schatten, dass dahinter wenig wächst, weil dann wieder das Licht zu wenig wird. Also Dankeschön. Also grundsätzlich ist die Lösung für so einen beschränkten Raum mit viel Beton, dass wir versuchen, die Betonwände zu begrünen, sodass die Betonwand weniger Hitze speichern kann und weniger abstrahlen kann. Sobald davor begrünt ist, strahlt weniger ab und wenn wir eben auch an den Decken was befestigen können, was runterwächst oder eben mit, wir arbeiten auch immer gerne mit diesen Moniereisen, die irgendwie rangebaut werden, dieses irgendwie ranbauen, das ist ja die Problematik. Wir sind total kreativ, weil wir begrünen wollen und weil wir diesen Effekt merken, je mehr wir begrünen, umso angenehmer ist die Temperatur und so länger können wir uns auf dem Südbalkon aufhalten. Aber es ist nicht alles rechtmäßig und manche Hausbesitzer oder Hausverwaltungen sind unmöglich, die verbieten halt ganz schnell was. Deswegen ist es einfach immer schön, wenn von vornherein eben so gebaut wird, dass wir leichter begrünen können. Aber Begrünung ist die Lösung, das senkt immer die Temperatur und wenn man so viel Glas vorne hat, irgendwie beschatten. Versuchen mit Matten oder eben Pflanzen, die wirklich Hitze abkönnen. Also es gibt schon Pflanzen, Sukkulente, die das aushalten. Aber man muss immer versuchen, das an jedem Standort echt anders. Und dadurch mit diesen Wetterschwankungen, die jetzt so arg sind, wird das alles immer nochmal schwieriger. Ich könnte mir vorstellen, nachdem du sagtest, es gibt so freistehende Behälter, die man eben hinter solch eine Glasrüstung einfach stellt, mit einem gewissen Abstand. Das verkleinert natürlich den Balkon, den man dann als Mensch nutzen kann. Aber das wäre für Pflanzen, die Sonnenliebhaber sind, wenn man das gleichzeitig an irgendeine Bewässerung anschließt, doch eine ganz gute Lösung. Dann würden auch keine Vögel gegen diese Glasrüstung fliegen. Das ist nämlich das nächste Problem bei Glasrüstung. Also ich habe ganz am Anfang, wie wir kurz vor 17 Uhr uns noch getroffen haben, von einem Projekt gesprochen, von einem Forschungsprojekt, wo die Firma Herbius dabei ist. Und in diesem Projekt entwickelt die Firma Herbius, das gibt es auch schon, eine Herbius-Vertikalgartenrüstung. Das heißt, es wird tatsächlich innen hingestellt und musst halt, wie die Helga gerade gesagt hat, schon noch die Durchgangsbreiten und so weiter dann haben. Aber im Grunde genommen ist das genau das. Das ist ja auf der Rückseite opak, also undurchsichtig. Und das funktioniert dann schon. Dann hat man halt viel weniger Licht. Also da muss man sich halt überlegen, was pflanze ich da rein? Und das gibt es mittlerweile fertig. Und leider ist das Demo-Objekt in Wien noch immer nicht gebaut, eben weil es seit einem Jahr einen Baustopp gibt. Aber irgendwann wird es sicherlich umgesetzt werden. Und es ist eben genau dieses System, das du auch hergezeigt hast, das eben sehr, sehr gut funktioniert. Auf 1,10 Meter, damit es auch der Bauvorschrift entspricht. Ab 40 Zentimeter Höhe, dass es nicht als Aufstiegshilfe für Kinder gilt und so weiter. Alle diese Aspekte sind da schon mit eingeflossen. Und dann kann man das auf die Innenseite einer Brüstung theoretisch hinstellen und dort eben auch diese Fläche eigentlich super nutzen. Und da schaue ich ja auch hin. Also das ist ja das Tollste an dem Vortrag. Es ist einfach so, wie wunderschön das ist, wie viel Freude das eigentlich gibt, wenn man da diese Vielfalt genießen kann. Das waren in 100.000 Bildern wunderbar und eindrucksvoll. Also diese niedrigeren Beete kann man bei Herbios bestellen. Zum Teil sind die als Sonderfertigung laufend. Aber ich kenne einen Balkon bei Wien, der sich eben speziell für diesen, das ist ein kleiner Balkon, eben rundherum diese niedrigen Vertikalbeete bestellt hat, die eben nach innen reingucken in den Balkon. Und nach oben haben die sich so eine Pergola noch gebaut, wo die Stangenboden dran haben, sodass das nach oben zugewachsen ist. Und die hält das auf. Also die hatte ich auch mal interviewt. Und die hat eine Südlage und hat eindeutig gesagt, seitdem die die Beete hat und eben diese Pergola selbst gebaut, hält die das eben ganztägig draußen auf. Und bei der ist mir immer so schön im Gedächtnis, die war Teetrinkerin und für die war das Größte, jeden Morgen auf ihren Balkon zu gehen und sich rauszusuchen, welchen Tee trinke ich heute Morgen. Und das rührt mich immer noch total an. Jeden Morgen kann die sich eine andere Teepflanze suchen, ernten, Tasse, Heißwasser. Das bietet eben einen Balkon und ist großartig. Und Herr Bios, die bauen Klimaterrassen. Also sie haben angefangen, die hatten jemanden, der die gebaut hat, aber sie machen die in 3D, sagen die, wie es aussehen könnte, mit denen kurzschließen. Es gibt ja heutzutage so viele Neubauten, wo die Dachgeschosse oben so volle Sonnenstrahlung haben. Also die haben einen Balkon oder so ein freies Ding und die können gar nicht draußen sitzen, weil das Südlage ist. Und Herr Bios bietet da eben eine Lösung, wo die Vertikalbeete zwischengestellt werden, obendrauf eine Pergola und dann wächst das alles ein. Und man kann diesen Bewuchs nach oben, kann man ja mit Himmelnbeeren, mit Brommenbeeren, mit Kiwi, mit Säulenäpfeln, mit Säulenbirnen, kann man die ja mehrjährig gestalten. Sodass das immer nach oben zugewachsen ist. Wenn es Laubblätter sind, dann fallen die runter. Aber im Winter haben wir ja sowieso nicht diese Hitze. Aber die Leute, die sich eben sowas nachträglich ranbauen lassen, die können draußen sitzen und die halten es dann aus. Und irgendwie ist das vollkommen verrückt, ja. Aber auch logisch, nicht? Natürlich ist es logisch. Aber es wäre eben schön, wenn von Beginn an sowas vorgesehen ist. Je mehr von den Betonwänden begrünt ist, umso leichter ist es, sich draußen auszuhalten. Und diese ganzen Vorteile, die sind ja alle bekannt. Ich wollte nur ganz kurz, genau das ist ja eines der Ziele des Biotop City-Konzepts von der Helga, dass jeder Balkon einen ordentlichen Pflanzdruck hat und einen Wasseranschluss hat. Und in der Biotop City in Wien kann man es noch aufschauen. Und dann Strom hat, genau. Damit das eben einfach gemacht wird, weil niemand will mit der Gießkanne quer durch das Wohnzimmer laufen. Und Menschen wie ich, die zu ungeschickt sind, schütten dann garantiert auch nur aus. Aber zur Statik wollte ich noch, weil es im Vortrag gekommen ist. Die statischen Anforderungen sind ja geregelt. In Deutschland, in Österreich, überall. In Österreich und in Deutschland ist es meines Wissens so, dass ein Quadratmeter Balkon oder Dachfläche mindestens 300 Kilogramm Last tragen können muss. Normalerweise, die vernünftigen Statiker rechnen dann auf 400. Aber man kann immer davon ausgehen, außer es ist ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, ein Kaiserpalast oder so, also ein modernes Gebäude ab der 70er Jahre aufwärts, kann jeder Quadratmeter eines Balkons mindestens 300 Kilogramm Last tragen, sonst wäre er nicht genehmigt worden. Und da kann man sich das dann ausrechnen. So eine Blumenerde hat ungefähr Wasser gesättigt um die Tonne auf den Kubikmeter. Das heißt also, eine 70-Liter-Wanne, wie du gezeigt hast, hat dann 70 Kilo plus ein bisschen Biomasse bis bei 100 Kilo. Dann kann ich noch 200 Kilo draufstellen. Also eben, das ist eben sehr wichtig, weil da glaube ich schon auch Ressentiments bestehen. Kann ich das? Darf ich das? Und diese Ängste muss man dann leider auch immer ernst nehmen. Die sind richtig groß bei diesem Thema. Dann kommen nur die Insekten. Ja, na ja, klar. Ganz gefährlich. Extrem gefährlich. Vor allem, wenn wir sie nicht mehr haben, dann sind wir nämlich im Untergang geweiht. Aber das ist nicht allen bewusst. Nee, aber das Schöne ist, wenn man anfängt auf dem Balkon oder Fensterbrett zu gärtnern, dass man sich damit auseinandersetzt mit den Insekten. Und wer jetzt z.B. bei mir in einer Community drin ist, die lernen das alle, dass jede Bloodloss total nützlich ist und so eine wichtige Rolle im Naturkreislauf und dass wir einfach bloß abwarten müssen. Das können die alle jetzt schon. Das haben sie verinnerlicht. Ja, ganz wichtig, dass das die Kreise zieht. Ich glaube auch, dass wir die Veranstaltung dann auch über den Biotop City Link, LinkedIn Account teilen können und vieles mehr. Jetzt wollte ich aber noch einmal die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, ob ihr noch die Chance nutzen wollt, an die Birgit eine Frage zu stellen oder einen Kommentar zum Konzept. Ja, ich, kann ich was sagen? Bitte. Ja, also ich wollte sagen, ich habe jetzt die letzten Jahre, ich habe so ungefähr einen Quadratmeter Balkonfläche, die ich nutzen kann, also einen großen Balkon, aber ich benutze ungefähr einen Quadratmeter davon und habe einfach die Sachen, die da wachsen, wachsen lassen. Also ich habe da jetzt nichts angebaut, sondern habe einfach geschaut, welche Samen fliegen da an und so. Und also es war wirklich toll, also wie viele Pflanzenarten sich da irgendwie angesiedelt haben, plus die ganzen Insekten. Also man muss es jetzt nicht unbedingt mit Nahrungsmittelproduktion versuchen wollen, sondern es geht auch wirklich ohne Mühe mit ein bisschen Wasser einfach wachsen lassen. Daraus kann auch eine große Freude ziehen, sozusagen. Also wenn Leute, ich denke auch immer, wenn ich die ganzen Balkons ansehe, mir ansehe, also sie sind irgendwie recht tot, da haben wir Geranien drin und die anderen haben eben was anderes drin. Und anstelle alles wachsen zu lassen, ist das so eine ganz restriktive Sorte und sehr langweilig irgendwo. Aber wenn man so ein Quadratmeter einfach wachsen lässt, hat man da jeden Tag einen Film, den man sich anschauen kann. Richtig. Danke. So ist es einfach. Das ist die ganz leichte Variante, für eine Begrünung zu sorgen. Aber für manche Leute ist es schon schwierig zu verstehen, dass man da ein bisschen gießen muss, wenn er nicht überdacht ist. Klar, gießen muss man, ja. Das ist wichtig. Naja, für die Neubauten, also für den Architekten anraten, kann man ja nur, dass sie eine automatische Bewässerung vorsehen. Und das ist mittlerweile ja überhaupt nicht mehr teuer. Da hat ja Bernhard eben darauf hingewiesen, dass in der Bayer-Tot City Wiener Berg, dass zumindest bei einem dieser großen Flats gemacht worden ist. Bei zwei. Sehr schön, ja. Also bei allen Gebäuden auf der Bayer-Tot City gibt es einen Wasseranschluss am Balkon und einen Pflanzdruck. Und bei den sozialen Wohnbauträgern, weil das vorher angesprochen wurde, eben genauso. Also alle, das ist der soziale Wohnbau in Wien, der hat eine Sonderstellung in Europa oder weltweit, das muss man schon zugeben. Und nichtsdestotrotz geht es ja um unseren Lebensraum. Und genau dieses, Egon, was du schilderst, diese traurigen Balkone, die sieht man bei uns überall. Das sind diese Balkone, die leer stehen, wo ein, wie sagt man denn auf Hochdeutsch, ein Stangerl-Glander ist. Also ein Metallstab-Geländer, eine Brüstung, wo einfach keine Aufenthaltsqualität ist, weil es zu heiß ist, weil der Wind pfeift und weil man keine Privatsphäre hat. Und wie wir gesehen haben mit den Pflanzen, mit Bohnen, mit Bohnen, Stangenbohnen und mit all diesen Elementen kann ich mir genau den Lebensraum schaffen. Für mich, aber natürlich für Insekten und Tiere. Und das ist ja ganz wunderbar. Das sind schon, ja, schlummernde Potenziale, wirklich. Die müssen wir mal aufwecken. Und ich glaube, in Wien gibt es schon eine Förderung dafür, aber das ist, glaube ich, noch relativ punktuell in Europa, dass es hier ermöglicht wird, wirklich die Balkone auch gefördert zu errichten. Aber im besten Fall gibt es keinen Neubau mehr, der dieses Feature, dieses Element nicht beinhaltet. Das wäre eigentlich das, wofür auch die Biotop City, glaube ich, steht. Und es, was du jetzt ja eben auch beschrieben hast, es verschafft der Stadt, auch gerade in den Neubauten, die auf der furchtbar langweilig sind, als Quartiere, es verschafft eine neue Schönheit. Und das ist etwas ganz anderes, als was vor 150 Jahren, vor 120 Jahren, sowas entdeckt worden ist in der Moderne, in der Architektur, wo gerade dieses, das wachsende Grün, das Organische, ausgeschlossen wurde und separiert, die funktionelle Trennung. Und was wir, und das ist eben grundlegend für dieses Biotop City-Konzept, und deswegen passt ein Vortrag schon wunderbar da rein, dass wir aufhören müssen mit diesem klinischen, ästhetischen Vorbild und uns die Architektur und die Stadtplanung der Städte, der neuen Städte und auch der Erweiterung, auch im kleineren Bereich, auf solch eine Weise in einer neuen Schönheit vorstellen. Und ich glaube, das ist etwas, was den Leuten ja auch begreiflich oder emotional auch naheliegt. Es ist nur die Gewohnheit, die dem entgegenspricht. Also, dass viele gar nicht wissen, was man alles machen kann und deswegen ist es so wichtig, dass man sie informiert, wie du das ja so erfolgreich tust. und solche Neuerungen, das dauert halt leider immer eine gewisse Zeit nicht. Aber es tut sich was. Ja. Ja, der Jonas musste sich verabschieden und bedankt sich nochmal für den tollen Vortrag und die viele Inspiration, die er mitnehmen kann. Ich glaube, inspiriert sind wir jetzt alle sehr und wie du sagst, Helga, das ist in unserem Naturell, dass uns das gefällt, nicht umsonst fahren die Leute in ihrer Freizeit ins Grüne. Es ist ihnen aber nicht bewusst, welche Potenziale direkt vor ihrer Balkontüre liegen und das muss man durch solche Beispiele und Netzwerke, glaube ich, vorzeigen und dann wird das schön langsam. Ich finde aber auch, dass es nach wie vor große Widerstände gibt, Helga, gerade in der Architektur, wo man sagt, ja, Pflanzen gehören nicht in die Stadt und schon gar nicht an die Fassade und das funktioniert alles nicht und diese Sätze höre ich immer wieder. Und ich glaube, wie du sagst, man muss schon einmal auch zur Sprache bringen und auf den Tisch bringen, dass sie ja Städtebau und Architektur immer verändert haben. Es tun ja immer alle so, als würde sich nichts verändern und Architektur war immer ein Abbild ihrer Zeit, der Möglichkeiten, der technischen Möglichkeiten, der Notwendigkeiten, die man hat und auch der finanziellen Ressourcen, die man dafür hat und eben so ein Pflanzdruck, wie du es gesagt hast, ich habe nämlich mit solchen Pflanzdrüge, solche, bei uns heißen die Mäutertröge, diese, diese, das glaube ich 18 Euro oder 17 Euro, dann brauche ich noch eine Erde dazu, ich habe mir dann noch eine Schilfmatte gekauft, weil er halt schon ein bisschen schier ist, also unhübsch und da haben wir unsere Tomaten und Gurken und Paprika und so weiter drinnen. Also das ist auch gar nicht teuer, also ja, im sozialen Wohnbau muss man natürlich jeden Euro anschauen und darum ist es auch urwichtig, dass diese Bayer-Tob-City-Qualitäten im sozialen Wohnbau auch umgesetzt werden, aber am Ende des Tages kostet es so wenig und bringt so viel Lebensfreude und so viel Lebensqualität mit sich und ich glaube, man kann eben mit solchen Beispielen die Menschen dann schon sukzessive gewinnen und überzeugen und begeistern. Und die Hauptmädigsten sind halt leider die Architekten, weil die anders anders erzogen worden sind. Ich meine, jede Ausbildung, ich selber habe immer gesagt, jede Ausbildung ist auch gleichzeitig eine Deformation, nämlich, da vertieft man einen Aspekt und den Rest gliedert man aus, nicht? Und dieses komplexe Denken, was an sich zur Architektur gehört, das hat sich völlig verselbstständigt und also als an Organisches gegenüber dem Organischen. Diese zwei Dinge wieder zusammenzubringen, ist auch gar nicht einfach, nämlich das Organische verändert sich ständig, das ist im Wachstum begriffen halt, nicht? Und das Anorganische, da machst du eine Schlüsselübergabe, hier hast du das und dann bleibt das stehen und nur wenn irgendwas kaputt geht, dann muss irgendein Handwerker auftreten. Also diese zwei Welten, das Organischen und das Anorganischen zusammenzubringen, das erfordert auch ein ganz neues Denken über die Verwaltung von Gebäuden, nicht? Dass ein Gebäude nicht etwas ist, was gebaut wird und dann hingestellt wird und damit ist fertig, sondern ein Gebäude ist ein Gebilde, was ständig seine Aufmerksamkeit braucht und in einer Kombination von denen, den Fachleuten des Organischen mit denen des Unorganischen behandelt und verwaltet werden muss. Da stimme ich zu und vor allem das Schöne ist ja, dass die Natur, das schaut ja jedes Monat, jede Woche anders aus, dann blüht da was, dann kommt wieder Hummel, ich liebe ja die Hummel, die dann auf die Blüten gehen und dann klappt das Ganze runter, weil die Hummel so schwer ist. Das haben wir zu Hause auf der Steine und dem Lavendel zu Hause. Es ist einfach herrlich zum Beobachten. Genau. Dieser Wandel, der wird schon gelingen mit der Zeit, weil auch der Druck immer größer wird und auch das Verständnis und wie gesagt, diese Angst, dass sich was verändern könnte im Blick und dass das nicht so ist, wie man es gelernt hat, das hoffe ich, kann man mal irgendwann überwinden. Das hoffe ich. Naja, es kostet auch Geld. Weißt du, das darf man nicht, also eine Hausverwaltung ist natürlich mehr gefordert. Also ich kann ja aus dem Forschungsprojekt berichten, Helga, mit Herbios, dieses S-Bau. Da geht es darum, dass man aus Holz am sozialen Wohnbau Balkone schafft und diese Balkone haben dann eine Rückwand, also am Gebäude Wand ein Vertikalbett und an der Brüstung zwei oder drei. Wunderbar. Und die Bewohnerinnen wollten das ablehnen, weil sie Angst hatten, dass sie dann mehr Miete bezahlen müssen. Die Sozialbau hat aber gesagt, nein, sie machen das so und die Miete wird nicht erhöht und sie bekommen die sozusagen geschenkt im Zuge der Sanierung. Aber da herrscht natürlich eine große Angst, dass dann Kosten überbunden werden, was normalerweise ja der Fall wäre, so ehrlich muss man sein. Und die Frage ist halt, was kriegt man dafür? Aber gerade im sozialen Wohnbau müsste man halt Mittel und Wege finden, wie man diese Qualitäten bieten kann, im Sinne der Umweltgerechtigkeit, auch im Sinne der Wohnqualität und Wohnzufriedenheit, weil da gibt es schon Studien, die genau belegen, dass wenn ein Balkon so grün ist, dann sind das Leute, die passen drauf auf, die identifizieren sich damit, die passen dann auch aufs Haus auf, die passen auf die Umgebung auf und so weiter. Und das muss man leider in Euro übersetzen, irgendwann mal, fürchte ich. Ja. Ja, und da sind natürlich die Städte selber auch gefragt, darüber nachzudenken, weil das für die Stadt selber wieder einen Mehrwert darstellt, wenn die die Leute ständig rauszupendeln, damit sie die Erholungssphäre draußen haben, zu Hause bleiben, auf ihrem Balkon, nicht? Das ist ja ein Mehrwert in der Nutzung der Stadt. Ja, in der gesamten Wohnnutzung. Du gehst einfach einmal 15 Minuten raus, schaffst das Grün und entspannst dich und isst vielleicht ein Blatt Artemisia oder was auch immer du halt hast oder halt auch nicht. Da war übrigens der Hinweis von der Anne-Louise, dass aus ihrer Sicht heute der Trend Richtung essbarer Garten geht. Übrigens haben wir als nächstes glaube ich einen Vortrag über Gesundheit und Grün und diese, was du eben nanntest, also mit dem sich wohlfühlen in seinem eigenen Umfeld, auf dem Balkon und solche nützlichen Sachen wie Kräuter dort direkt ernten zu können, das ist ja nun auch ein Beitrag der Gesundheit, nicht? Ja. Helga, kannst du noch das Datum vielleicht vom nächsten Webinar sagen? Ich habe jetzt, warte mal, ich habe jetzt oder es wird angekündigt über, es wird wieder eingeladen am 30. Januar, Dienstag 30. Januar 17 Uhr Die gesunde Stadt ist grün heißt dieser Vortrag. von der Daniela Halluzer wahrscheinlich, oder? Ja, Daniela Halluzer. Frau Professor. Aber Helga ist auch Frau Professor. Ich werde da dran teilnehmen. Ja, es ist ganz wichtig, weil die Pflanze ist halt, ich sage immer, die Pflanzen sind die Eierlege der Wollmilchsau. Also sie sind gesund, sie bieten Lebensqualität, sie bieten Lebensraum, sie regulieren das Klima, sie sind ja eine Genreserve, Nahrungsquelle und tausend andere Dinge. Alles in einem, das Smartphone sozusagen in grün. kann alles. Muss es nur lassen. Ja, ich glaube, wir müssen uns richtig stark vernetzen mit der Balkongärtnerei in Birgit, nämlich diese Intention, die muss ja auch in die Gebäude übersetzt werden und in die Architektenschaft, in die Leute, die darüber entscheiden, in Stadtverwaltung was gemacht wird und was nicht. Es wäre ja nun ein nächster Schritt solche Regelungen, wie ich meine, es gibt ja Städte, die zum Beispiel die Baumscheibenbegrünung fördern, auch richtiggehend. Das war eine lange Zeit in Paris der Fall, jetzt ist es im Augenblick nicht mehr, und in Wien übrigens glaube ich auch und so was könnte dann auch eine Förderung für Balkonbegrünung darstellen als nächster, als einen weiteren Schritt und damit auch eine bestimmte Änderung in der Sicht auf was als schöne Architektur gilt verändern. Ich persönlich glaube aber nicht, dass es für die Privatleute entscheidend ist, dass sie jetzt eine Förderung bekommen. Ich glaube, dass für die Privatleute schon ein Anreiz besteht, sich zu begrünen, weil es so viele Vorteile hat. Ich persönlich erlebe nur immer wieder, dass gerade Wohnungsbaugesellschaften sehr restriktiv unterwegs sind und die Leute Angst haben vor Auseinandersetzungen mit den Nachbarn und mit den Wohnungsbaugesellschaften und deswegen nicht anfangen oder wieder zurückbauen. Also wir sprechen ja bei mir immer Gehölze und etwas wilder, etwas unordentlicher, die Samenstände stehen lassen, die Vögel füttern. Das gibt regelmäßig Ärger mit den Nachbarn. Und das ist jetzt aus meiner Sicht vollkommen unabhängig, ob man irgendeine Förderung bekommt oder nicht. Das Bewusstsein der Leute, also Nachbarn und gerade auch der Wohnungsbaugesellschaften, wenn jetzt die Wohnungsbaugesellschaften Nachbarn tot machen, die meckern, weil mal Kot runterkommt oder Spelze von einer Sonnenblume, wenn die Wohnungsbaugesellschaften nicht sofort ein Verbot aussprechen würden und halt jetzt die meckernden Nachbarn begünstigen, das ist für mich ein ganz wichtiger Schritt. Wenn mehr mit den Wohnungsbaugesellschaften gesprochen wird, dass die da lockerer rangehen und wenn die das eher fördern würden und wenn die auch ihre Höfe besser begrünen würden, was jetzt größere Flächen bringt für die Stadt. Diese Kombination, wenn die Mieter sehen würden, die Wohnungsbaugesellschaften machen was. Also meine Wohnungsbaugesellschaft hat jetzt eine Schmetterlingswiese angefangen, weil sie die aber nicht gegossen haben, sieht die ganz schrecklich aus, aber man hat halt eine kleine Fläche gemacht, hat Tafeln rangemacht, Schmetterlingswiese und hat von der Hauswand den Efeu und das Geißblatt runtergerissen in der Nacht- und Nebelaktion und es passt überhaupt nicht zusammen und halt wenn sie ihren Rasen mähen wird das gleich wieder aufgedünkt, indem der geschreddert wird und alles wird weggehakt. Also das wäre für mich noch ein starker Hebel für die Begrünung, aber ich halte nichts von irgendwelchen Geldprämien oder so für Begrünung. Also ich meine auch nicht einfach das, aber wenn eine auf der politischen Ebene so etwas beschlossen würde, dann würden ja auch, also Bernhard widerspricht mir, die Wohnungsbaugesellschaften anders solche Sachen betrachten, nicht? Ja, es ist so Zuckerbrot und Peitsche, also in Wien ist halt da eine eigene Situation vielleicht europaweit so, dass du ja Fassaden begrünen musst zum erheblichen Teil im Neubau, dass es dafür dann aber auch eine Förderung gibt, also Zuckerbrot und Peitsche, du musst, aber du kriegst eh was dafür, beziehungsweise ist es im Vier-Säulen-Modell der Stadt Wien für die Wohnbauförderung ist eine Säule die soziale ökologische Säule und da ist eben die Begründung eigentlich verpflichtend mittlerweile, geht natürlich nicht so detailliert und nicht so weit wie die Bayer-Tub-City, aber immerhin steht es da da drinnen, dass hier eben solche Räume und solche Möglichkeiten geschaffen werden sollen, aber ich gebe dir recht, Birgit, ich kenne natürlich diese Hausverwaltungen, das sind also, sage ich mal, meistens Männer aus dem letzten Jahrtausend, die halt vor 50 Jahren was gelernt haben und das war so und das ist so und das muss so bleiben, das ist ja eine der größten Tugenden Österreichs, dass ich nichts ändern darf und das sind erhebliche Widerstände, die man überhaupt überwinden muss und im besten Fall überwindet man die mit zum Beispiel mit Projekten wie der Bayer-Tub-City, wo man sieht, dass die Menschen einfach dorthin pilgern und dort einfach das auch wirtschaftlich sehr erfolgreich war aufgrund von Grün und da zitiere ich wieder mal den Walter Koch wie schon hundertmal zuvor, die billigste Möglichkeit einen Wohnbau qualitativ aufzuwerten ist die Begrünung und wenn sich um die Begrünung die Menschen kümmern habe, habe ich das günstig gelöst und habe auch die Identifikation und die Sorge um das Objekt mitverkauft und das muss halt von Anfang an kommuniziert werden und na ja, das Wohn, also was, also Wohnbaugesellschaften machen in der Gartenpflege am liebsten haben sie einen englischen Rasen oder eine, sagen wir mal eine Grünfläche mit hauptsächlich Gras wo man einmal im Monat beim Rasenmäertraktor drüber fährt und dann war es das und gerade EV im Winter ich habe einen EV im Winter und was da los ist Vogeltechnisch ihr kennt ja die Vogelarten nicht wir haben viele bei uns im Garten das ist natürlich ganz großartig und schade wenn das dann runtergerissen wird weil sich wieder irgendwer aufregt dass der Putz kaputt werden könnte oder sonst irgendein Blödsinn Ja, Unwissenheit spielt ja halt auch eine große Rolle Unwissenheit schützt vor Fehlern nicht Ja, fein wollen wir es damit beschließen Birgit, möchtest du noch etwas Abschließendes sagen oder Helga wollt ihr noch etwas einbringen einen Schlusssatz vielleicht Helga Also ich habe mich wirklich sehr gefreut und ich finde das großartig dass das so genau das Herzstück unserer Intentionen betrifft was jetzt Birgit berichtet hat Ich kann nur jeden auffordern an dem nächsten Kongress teilzunehmen von ihr und wir werden das ja auch entsprechend auf die Seite von Biotop City Journal setzen und auf den YouTube Kanal und nochmal ganz ganz großen Dank an dich Birgit dass du uns das vermittelt hast Ganz toll Wenn ich irgendwo gebraucht werde einfach schreiben Machen wir und vor allem vernetzen uns weiterhin und schauen dass wir diese Synergie vorantreiben weil es wäre verdammt nochmal wichtig Ja vielen herzlichen Dank Dank